Hallo, hier Dark Saver mit dem Let's Play 4.3 und ähm... Ja, ich weiß noch, dass ich mich auf diese Stelle total freue. Wir sind auf dem Weg zu Fairport und wir wollen uns die Dschins und Korn retten. So viel habe ich noch im Kopf. Das heißt schon wieder, oh Gott, drei Wochen mindestens her, wo ich das letzte Mal auf die Nummer ab und irgendwie sieht hier alles scheiße aus. Egal. Und wir kriegen massisch Munition, aber ich will erstmal die Pistolenmunition loswerden. Wir können ja immerhin zurücklaufen. Was seid ihr denn alle? Ich, ich bleib hier. Hier ist es am sichersten. Ah. Ach ja. Ach, nachladen brauch ich auch nicht mehr. Das dauert jetzt super hier. Und nur noch zwei Schuss. Ich glaube, hier war nochmal Pistolenmonie. Ja, nämlich genau hier. Däh. Stirb, stirb, stirb. Läuft doch alles. Oh Gott. Ich werde beschmissen. Wie? Blöd gelaufen, blöd gelaufen, blöd gelaufen. Ich könnte auch rausrennen. Aber... Oh Gott, da kommen wir mal mehr. Das ist ja nur. Und da ist irgendwo noch jemand, der schmeißt. Na, manchmal gleich. Ja, stirb, stirb. Oh, oh. Nehmen wir doch erstmal das. Boah. Okay, wir haben massig Munition. Oh Gott. Oh Gott. Neh. Also, ich werde dann sowieso auf die Shotgun wieder umsteigen. Ah, was gerade ist eigentlich... Okay, hol ich mir die Shotgun. Denn die will ich dann gleich eh nutzen. Und die Waffe kriegen wir jetzt sowieso immer wieder. Pff. Okay. Die kann man nicht durch... Die hat es hinter sich, würde ich meinen. Wenn es eine Sie ist. Das ist jetzt so schwer. Der ist definitiv... Oh Gott. Die wurden ja alle ganz schön zugerichtet. Okay, man kann hier auch Viecher erleben. Ich habe nur elf Schuss. Das kann doch nicht sein. Ja, ja. Fände ich irgendwie noch mehr Munition? Nö. Shit. Na, egal. Ich kriege, glaube ich, dann gleich noch mehr Munition. So, da hoch komme ich nicht. Aber ich weiß, ich komme da hoch. Oh, Ladesequenz. Stimmt ja. Jetzt muss ich ja immer daran denken, dass ich hier nach Speicherung-Ladesequenz immer... ...immer und immer wieder neu... ...Aufnahme drücken muss. Äh... Oh Gott. Jetzt, jetzt, jetzt... Ach, scheiß drauf. Wie gesagt, die Waffe kriege ich sowieso immer wieder. Also ist mir das Schnutzpiepe egal. Warum läuft das gerade nicht so flüssig, wie ich will? Ja, egal. So, weiter. Speicherung. Und Ladesequenz. Oh Mann, hier komme ich aus den... ...stellen... ...drücken nicht mehr raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen... ...verkalkuliert. Jetzt... Jetzt kommt noch mal eine Ladesequenz. Yay. Okay. Nehmen wir doch diesmal die Waffen hier. Alter. Stirb einfach. Alter. Ich glaube, die sollen einen einfach nur nerven. Oh, komm. Wo bist du? Okay. Äh... Batz. Hübscher. Ganz ehrlich. Äh... Okay. Ich will nichts verpassen, aber das sieht sowieso alles nach Nischt aus. Ja, außer die Munition jetzt hier. Na gut, weiter geht's. Okay. 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 Das sieht alles wieder super schön hier aus. So schön sektenmäßig. Und immer werde ich jetzt mit dieser... Man will, dass ich diese Munition jetzt aufnehme, aber jetzt habe ich die. Yay. Das ist nur schon wieder. Wo? Oh, 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 oh. Ah! Wo will der denn hin? Okay. Sorry, ich gehe jetzt nochmal kurz... Yay. Wäre schön gewesen. Ach, gehe ich einfach ganz runter. Dann weiß ich wohin. Ach ja, warte. Wo war das? Hier. Kriege ich wieder davon ein bisschen Munition rein. Aber ich nutze sowieso erstmal die Shotgun, denn die ist hier eigentlich perfekt für die Viecher. Ich verstehe, wie gesagt, immer noch nicht, warum man hierfür diese OCs bekommen hat. Das ist... Naja. Unnötig, unnötig, whatever. Weiter geht's. Und ich habe nur noch zwei Minuten. Machen wir das Beste draus. Rennen hier durchstehend. Irgendwann bin ich hier auch durch. Okay. Und wieder genug Munition. Na, das ist... Oh, das ist... Das sieht dein Land aus. Und... Irgendwo ist Pari. Was? Ach, du mich auch. Oh, die... Die nerven einfach nur. Okay. Ich weiß, was jetzt auf mich zukommen wird. Seelenbandaufstieg. Ich weiß nicht, hier können wir in der... Granaten... Verbessert und... Ja, auch danach muss ich leider auf Speicherung gehen. Ah... Hm... Ach komm, ich nehme die zu. So. Ich habe hier noch eine Minute circa. Okay. Komm, das machen wir noch. It's alright. Okay. Machen wir jetzt die... Gegner, die kommen weg. Weg. Ja. Okay. Kommt alle her. Lüse! Okay. Ja, boll das organisms! Ja, werschöning. oh 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 okay okay so Munition haben wir weg den brauchen wir sowieso nicht mehr und ich würde meinen das war's ja und der Tamer hat irgendwo zwischendurch seinen Ton von sich gegeben ich hab's nicht mal gehört bei der ganzen Action hier wie da war noch jemand oh Gott löse ohne Worte ich ja wie ich das denn so meistere das seht ihr dann in der nächsten Folge dies war's von der elften Folge von 4.3 euer Darksaber bis dann ja 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 ja